Der Schermbeck-Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Time to say goodbye. Norbert Hohmann geht in den Ruhestand. Als Norbert Hohmann das Amt des Schulleiters an der Gesamtschule Schermbeck übernahm, waren viele Schülerinnen und Schüler, die dort heute ihren Abschluss anstreben, noch gar nicht geboren. Um seine Vorstellungen einer modernen Schule zu verwirklichen, wurde er immer wieder auch gestalterisch tätig. Nicht umsonst erinnerte Rainer Schwarz, Vorstand der Volksbank Schermbeck-EG, an die Worte einer Kollegin von Norbert Hohmann. Der Chef hat es geschafft, dass wir heute keine Lehrer, sondern Pädagogen an der Gesamtschule haben. Jetzt geht Norbert Hohmann nach einem bewegten und bewegenden Arbeitsleben in den wohlverdienten Ruhestand. Mit einem bunten Abend und zahlreichen Wegbegleitern begann am 3. Juni der Einstieg in den Ausstieg. Der Vorstand der Bürgergenossenschaft Erle freut sich über die aktuellen Entwicklungen. Ein potenzieller Pächter für das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Erle wurde nach intensiven Gesprächen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat gefunden. Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben in einer gemeinsamen Sitzung am 1. Juni bekannt gegeben, dass sie intensiv an einem Pachtvertrag gearbeitet haben. Die Gemeinde Schermbeck plant eine Erhöhung der Hundesteuer zum Jahresanfang 2024. Der derzeitige Hundesteuersatz stammt noch aus dem Jahr 1997 und soll nach über 26 Jahren überarbeitet werden. Am 6. Juni wird der Haupt- und Finanzausschuss über die Angelegenheiten beraten. Die Badminton-Abteilung in Schermbeck hat Grund zum Feiern. Vor 30 Jahren schlossen sich interessierte Sportlerinnen und Sportler zusammen und gründeten gemeinsam die Badminton-Abteilung. Dieses besondere Jubiläum wird mit einer großen Veranstaltung gefeiert. Am 10. Juni finden die Schermbeck Open statt, zu denen alle herzlich eingeladen sind. Lioba Albus ist bekannt dafür, auf satirische Weise Alltagssituationen aufzugreifen und ihr Publikum mit überspitzten Darstellungen typischer gesellschaftlicher Verhaltensweisen zu begeistern. Ihr beliebtestes Thema sind die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Am 23. Juni ist Lioba Albus mit ihrem Programm Hitzewallungen zu Gast in Schermbeck. Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro über den Ticketservice der Volksbank, login.vr-ticket.de und in allen Geschäftsstellen der Volksbank Schermbeck EG. Der Schermbeck-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck.